Okay, was macht Miefi hier im Spiel? Das sieht aus wie Miefi! Sozialer Endzog, ich wünsche euch viel Spaß! Tja, ich habe ja gesagt, die Überraschungsbox ist für ein paar Kandidaten, die sonst keine Chance hätten. Jetzt und damit herzlich willkommen zu einem DS-Test! Welche Reihenfolge muss ich noch ausfinden? Hello Kitty Daily! Ja, die berühmte Katze ohne Mund, mit ihren Satchio Charakteren, heute im Test! Willkommen zu Hello Kitty Daily! Sieben nützliche Werkzeuge für dich, inklusive Tagebuch und Adressebuch der Freunde. Bitte nutze sie täglich, um organisiert zu bleiben. Name. Benutze den Touchpen! Name. Hm. Hmm. Was? Was? Das ist das? Ich bitte ihn, ich bitte dich, das ist nie. Was? Ich bitte mich, das ist nicht so schön. Wir haben den Kopf, es ist nicht so schön. Ich bitte dich, was finde ich, dass du beispielsweise wiederholen kriege, Ich bitte mich, was du meinst. Ja, ich bitte mich, was mir nicht so schön. Ich bitte passt, was mir ist immer noch ein List. ok was macht mifi hier im spiel das sieht aus wie mifi ich nehme mifi ich hatte er jetzt mit mein melody oder kuromi gerechnet an der stelle aber naja dann halt mifi blutkoppel das weiß ich selber nicht folgezeichen gehen wir hinein ok was das buch der freunde rechner taschengeld konto hier wecker das ist ein tool symbol für den 3d ds tschuldigung falsche konsole ein tagebuch das ist ein rechner ein taschenrechner sowas habe ich auf dem handy na gut fordern wir dich mal raus ok fangschend Es gibt einen Wecker. Wer stellt sich einen Wecker in einem DS-Game, was noch dazu aus ist? Was passiert, wenn er gleich losgeht? Stundenplan. Hier gibt es ja kein einziges Spiel. Was passiert jetzt? Der Wecker ist ja angestellt. Ich habe ihn gar nicht angeschaltet. Okay, der Wecker ist angeschaltet. Der sollte gleich losgehen. Jetzt müssen wir natürlich die Minute abwarten. Warum klingelt es nicht? Ein Wecker, der nicht seinen Job macht. Okay. Yay. Hallo, Miffi? Hello Kitty back. Eine Anspielung an die beiden Kids. Eigentlich ist das nichts anderes als, das könnte so gut auch eine Webseiten-Mini-Spiel sein. Auf den DS gepresst. Na ja. Ich will lieber nicht wissen, wie viel das Spiel gekostet hat damals. Denn das ist nicht mehr wert als ein Fünfer höchstens. Für die wenigen Funktionen, die es hat. Damit bedanke ich mich für's Zusehen. Und bleibt sozial. Lasst nada. Und... Bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. I'm changing my life and I won't look back ever again. I'm changing my life and I won't look back ever again. Vielen Dank.